Na, wo ist die Schleuder? Ääääh, kommt mal zurück. Jetzt sind wir Nummer 1 und jetzt sind wir Nummer 2. Gruppe Nummer 1, bitte hochkommen. Oha. Ja, ihr habt gesehen, was sich da mit so einer Luftanheit anstellt. Das geht dann doch echt zügig. Aber wie gesagt, gegen Ruoteinheiten ist die absolut nützlos. Sehr schön. Würde ich vielleicht sogar noch einen zweiten, also noch einen Außenposten bauen wollen? Ich denke ja, hier oben so. Das ist ja die 2. Ha, da ist ein Sammler von denen. Tötet ihn. Einfach töten. Skorpion-Panzer mal bitte hochkommen. Ja, die sollten das ganz gut geregelt bekommen. Ich wart eigentlich nur auf den Außenposten. Du kommst mal bitte zum Reparieren. Achso. Alter, was ist denn hier los? Ähm. Wo ist denn da, Kollegin? Da ist er. Komm mal bitte hier hoch. Und ihr bleibt mal bitte ein Stück zurück. Ich habe absolut keine Lust, mich mit so einer Schleuder anzulegen. Das ist was zumindest die Venoms betrifft. Da kommt mein Botschafter. Kommt der bitte mal zurück. Ich hätte hier oben ganz gern eine Raffinerie. Und eine Hand von Nutz. Also, Jungs. Skorpion-Panzer. Wett mal bitte zurück. Das muss auch mal einen Fortschritt geben. Macht das da oben mal wieder kaputt. Das ist... SRG-2. Da geht man auf die Senke. Genau so wie der da. Oh, die haben einen Joggernaut. Sehe ich gerade. Oh, ein Mann zurückkommt wieder. Eine Waffenfabrik. Oh, die hätte ich ganz gerne einen Ingenieur. Mach den mal bitte kaputt. Und du gehst dort rein. Alter, das ist geschleudern. Eine Waffenfabrik. Und noch was Skorpions. Auf Patrouille. Irgendwas gesehen? Hier kommt man mit hier hoch. Und ich könnte noch ein Defensivgebäude gebrauchen. Da oben eigentlich. Bitte mal auf die Schleuder. Skorpion ist bereit. Skorpion ist bereit. Ja, die hat es ziemlich zerflixt. Aber meine lieben Skorpion-Panzer, ihr wartet jetzt einfach mal. Ihr wartet jetzt einfach mal. Überrennen. Einfach, weil es geht. Und dann machen wir mal ein bisschen Rambazamba hier in der Bude. Mach die Waffenfabrik mal kaputt. Wenn ihr es kaputt habt, dann zieht euch bitte zurück. Und zurückwärts. Zurückziehen wir da. Der Rest machen, glaube ich, die Venoms. Der hat noch eine Schleuder, ne? Ja. Wir werden uns jetzt erst mal... Ich glaube, nur noch die ganzen Appreties gibt. Gerade für die Skorpions. Schießen Sie los. Okay, das ist ja das einzige Appreties, was es doch effektiv gibt. Und ich hätte ganz gerne noch einen Schwerter-Turm hier oben. Ging ein bisschen Infanterie. So, ist er die 1. Und jetzt er die 2. Booms, einmal vorrücken, bitte. Und einmal vorrücken. Obwohl, ich glaube, das wird passen, wenn ich erst mal diesen, diesen, ähm, den Juggernaut da wegmache. Auch wenn es hier immer heißt, bei mir ist das Ding einfach ein Juggernaut. So, ansonsten. Macht mal das da oben kaputt. Einfach mal ein bisschen, ähm, die Basis aufräumen. Kann man ja mal machen. So, und jetzt, ähm, ganz wichtig, den Bauhof. Du kannst überfahren, ich habe mir da zwei Jungs. Und wenn der Bauhof weg ist, ist es auch der Rest eigentlich Geschichte. Und jetzt ganz schnell die, die ganze restliche Kraftlage. Hey, der Ingenieur kann schießen von denen. Mach die Schleuder kaputt und dann die restlichen. Na komm, macht es kaputt. Das muss eigentlich nur der Strom ausfallen. Der Rest ist mir egal. Und gleich nachsetzen. Und dann würde ich ganz gerne oben mal noch ein MDF bauen wollen. Einfach als Vorbereitung. Für den zweiten Teil da müssen wir dann. Wie gesagt, das erste Teil wird ja erstmal die Räumung der Barsitz sein. Das lasse ich stehen. Ha, ha, ha. Jetzt habt ihr keinen Strom mehr. Okay, das war ein Fehler. Mach mal bitte die, äh, die Kanone weg. Ne, die mir noch mehr kaputt machen. Und da ist noch eine Kanone. So, und jetzt einfach rüberfahren. Überfahrt sie, Jungs. Sehr schön. Das Ding war geklärt. Und überfahrt sie mal. Einfach, weil es geht. So, ähm, MDF, wo bist du da? Du kommst mal hier hoch. Ach ja, hier oben gab es auch noch ein paar Türme, ne? Ich brauche mal, ich glaube, zwei ist es, oder? Mach mal drei Ingenieure. Vorsicht, selber. Und ich hätte ganz gerne mal noch mehr Raffinerie. So, warf ich jetzt? Die sind hier ausgebildet worden, ne? Kommt mal bitte her. So, du wirst mir jetzt hier meine Basis bauen. Am besten mit, äh, Abwehrtürmen. Und noch eine kleine Raffinerie. Sehr schön. Ihr kommt mal hier hoch. Wie gesagt, es gibt einen Grund, warum ich mich da jetzt, ähm, so einügel. Werdet ihr gleich sehen, was da passiert. Wir bringen euch hin. Also, ihr kommt mal bitte hier runter. Und du gehst mal bitte scouten. Bitte mal mit Ab-, äh, Luftabwehrraketen. Habt der Luftabwehrgeschütze? Da hinten ist, ähm, den Kollege, da würde ich ganz gerne einnehmen wollen. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Bitte mal einnehmen. So, Einheit wird angegriffen. Ach so schön, der hat das, äh, hier hingesetzt. So, noch ein paar Kraftwerke. Die waren einfach meine Stromzufuhr, ähm, naja, sicher. Und ansonsten, hey, ich kann es gar nicht mal noch pro Scope jetzt. Am besten hier so. Am besten von jeder Ecke des Reiches. Dann waren die einfach überrannt. Ungeeigneter Bauplatz, ungeeigneter Bauplatz. So, Jungs, ihr kommt mal hervor. Obwohl, das ist gar nicht mehr so, schlau. Ihr kommt mal. Ihr lauft mal bitte hier hinten lang. Tiberiumfeld abgebaut. Skorpion ist bereit. Oh, das Tiberiumfeld ist abgebaut. Skorpion ist bereit. Ähm, Venoms? Ich brauche euch mal. Wir müssen mal noch ein bisschen säubern. Feindliche Einheiten, in der Suche. Einheit wird angegriffen. So, die Nacken erfasst. Mehrere, nicht mehr. Bitte, die Gebäude kaputt machen. Verstanden. Wir greifen nach. Alles, was irgendwie auf die Steel Talents, äh, hinweist, macht's kaputt. Nein, ihr kommt mal zurück. Das ist, ähm, ich will euch nicht verlieren. Ist hier hinten eigentlich irgendwie großartig was? Nein, ne? Nein, ich habe da eine Idee. Was mit den Venoms anfangen. Weil hier, das ist ja nicht großartig was. Ah, der ist mit dem Schleuder wieder. Geht bitte weg. Verstanden. Skorpion ist bereit. Skorpion ist bereit. Verstanden. Und ansonsten, äh, den Behemoth bitte wegmachen. Ich will den einnehmen. Skorpion ist bereit. Und der könnte gar nicht ganz nützlich sein. Ich bin unterwegs. Skorpion ist bereit. Silos benötigt. Patrouille bereit. Nähere mich Ziel. Skorpion ist bereit. Alles kaputt machen, was mir jetzt irgendwie in die Kriere kommen kann. Skorpion ist bereit. Skorpion ist bereit. Und dann noch ein Saboteur, weil wir müssen das ja einnehmen. Teilhalt geworden. Skorpion ist bereit. Irgendwas gesehen? Die Bruderschaft vertraut. Skorpion ist bereit. Die Schleuder da, ne? Skorpion ist bereit. Mh. Ich könnte schon mal noch ein paar Mien legen. Wie lautet der Plan? Skorpion ist bereit. Ihr kommt mal bitte hier hoch. Holen wir sie uns. Skorpion ist bereit. Wo habe ich jetzt eigentlich die Saboteure ausgebildet? Hier oben bestimmt, oder? Ja, hier ist er. War bitte hoch. Wir werden die jetzt einfach überrennen. Ganz gepflegt. Macht's kaputt. Wir schauen mal kurz, wie weit die Aufnahme ist. Ein Augenblick bitte. Okay, wir haben noch Zeit. Ich denke mal, das wird ein Zweiteiler werden wieder. Irgendwas kaputt gemacht? Nein, habe ich nicht. Gott sei Dank. So, jetzt holt euch die Schleuder. Obwohl. Müsste eigentlich nicht. Ich habe da eine andere Idee, was wir machen. Mach fort mal hoch. Lass die Schleuder steuert es ein. Okay, oder auch nicht. Skorpion ist bereit. Feuer frei, Jungs. Wir haben sie. Schlagen wir los. Skorpion ist bereit. Ähm, hier unterwegs darf ich bloß noch die Kanone sein, ne? Also die Flugabwehrkanone. Wir bringen euch hin. Fahr bei dir rüber. Obwohl. Macht's doch bitte so kaputt. Ehe der Transporter da ist, hätte ich es dann doch ganz, ganz kaputt. Das ist die Frage, brauche ich oben noch ein paar Shredder-Türme? Ich denke ja. Einfach, weil es geht. Was ich ein bisschen schade finde, dass die Bäume ja nicht kaputt gehen. Weil die, dass das beiden vom Turm. Also durch die Verteidigung dann müssen sie auch erstmal durchkommen. So gefühlt. Kann ich hier? Da rein. So. Ah, der Ingenieur ist da. Nehmt von mir da ein. So, und jetzt kommen die Jungs von hier oben nämlich. Und die kommen nicht weit. Okay, wird gemacht, mein Freund. Datenablot wird gestartet. Gibt's eigentlich einen Bonusziel? Äh, gerade eben nicht. Wird das Labor zu mir als 50% zerstört, könnten die Daten beschädigt werden. Verteidigen Sie es. Okay, machen wir. Zeig mir. Okay, einfach bloß, ähm, die Geschichte beschützen. Reparatur läuft. Ich könnte eigentlich die Venoms auch mit rüberziehen. Okay. Einfach, um da zu verteidigen. Wenn ich schnell eingreif, Truppe. Alles, was wir durchkommen, wird sofort abgeschossen. Guckt mal, hier unten sind sogar auch noch ein paar Jungs. Einheit wird angegriffen. Wer nimmt sich bei euch mal? 25% der Daten gesendet. Okay, wir brauchen hinten noch ein Flugabwerke-Schütze, merke ich gerade. Aber auch nur so ein bisschen merke ich das. Wie mache ich das? Am besten hier so, ne? Das ist einfach bloß ein Verteidigungsband sein. Schießen Sie los. Schaub, was ist bereit? Meere mich viel. Abgeschlossen. Mach's mal kaputt. Abgeschlossen. Bin gleich dort. Ich meine, ich könnte ja auch ein paar Raketen trug sich setzen. Naja, aber die werden so schnell abgeschossen von diesen Hammerheits. Das ist nicht mehr feierlich. Wobei ich sagen muss, diese Hammerheits, das sind eigentlich eine schöne Einheit. Mal gucken, ob wir auch noch in die Gymnose kommen, die als Not einsetzen sind. Also wenn wir mal wieder eigenen Stützpunkte übernehmen sollten. Jaja, wir kriegen das schon hin. Wir haben gerade auf jeden Fall Geld ohne Ende. Und alles, was hier durchkommt, ist sofort tot. Ja, das heißt eigentlich einfach bloß noch abwarten, ne? Kommt da überhaupt noch irgendwie einen Angriff oder wie sehe ich denn das? Ich meine, wir könnten das JustVerfahren noch ein Pursilus bauen. Einfach, weil es geht. Ich meine, was spricht eigentlich dagegen? Gegen so ein Pursilus. Ja, das kriegt man hin. Ach, sehr schön. 50 Sekunden noch. Kommt da überhaupt noch wer? Ich denke nicht. Ich habe so das Gefühl, diese Verteidigung war völlig sinnfrei. Ja, komm mal bitte hier vor. Ich bin unterwegs. Mein Lieber, wie ich niemals. Das ist sozusagen, wer sich nicht kennt, das ist ein Juggernaut mit einem kleinen Bunker obendrauf. Finde ich jetzt eine ganz lustige Sache. Wir haben auf jeden Fall genug Geld. Nehmen wir nochmal Bomin, nur für den Fall der Fälle. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Die Mission war sogar relativ einfach. Upload erfolgreich. Einsatzziel erreicht. Sehr schön. Geheimdienstdaten aktualisiert. Initialisiere Videoabblick. Wir können den Angriff der Steel Talons nicht lange abwehren. So arrogant ihr Commander sein mag, aber selbst ihre veralteten Waffen sind uns überlegen. Zieh dich zurück, mein Kind. Bevor wir das, was wir erreicht haben, verlieren. Okay, aber die müssen ja erst mal durchkommen irgendwie. also ich denke mal eine große Welle können wir damit schon in der Herbwehr solange es ja nicht allzu groß ist. Also ich muss sagen, Mission war relativ einfach ähm und ja was man dazu sagen Primärziele abgeschlossen das Bonusziel abgeschlossen sind die Geheimdienseinträge abgeschlossen und ja an der Stelle würde ich auch was mal speichern. Ah, ich komme mir in diesem Bildschirm zurück. Okay, das ist sehr gut. Ähm, gut, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich weiß, ich habe schon erwähnt, dass mir die Benems gerade eben den Ausstrahl ein bisschen gerettet haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.